In Phase des Spieles Bingo Beckels, der jetzt aufschlägt gegen Fitche. Runde 5, Turnier 2, Samstag 2019, 03, 30. Unter diesen Suchbarten die Spiele auf YouTube. Rainer Steinbrecher Mühlhof, 2, 0, 19, 03, 30. Und nunfalls noch die Spielernamen. In diesem Fall also Fritschel, der gewinnt gegen Ingo Bettges aus Ingolstadt.